Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist so eine Nischenleuchte, die ist auch noch original, da sind noch die Originalfassung ist da noch drin. Das ist eins der wenigen Türbeschläge, die noch da sind. Und das sind die Wandschilder, die hier an die Holzdärflung dran kommen. Da kommt dann hier der Arm raus und da hängt dann die Lampenblässer dran. Und der Stern kommt wieder hier oben an die Decke. Und der Stern kommt wieder hier oben an die Decke. Und das ist so eine Nischenleuchte, die wir da schauen. Ja, danke. Vielen Dank. Das ist so eine Nischenleuchte, die wir da haben, die wir da haben, die wir da haben, die wir da haben, die wir da haben. Und das ist so eine Nischenleuchte, die wir da haben, die wir da haben, die wir da haben. Und das ist so eine Nischeleuchte, die wir da haben. Und das ist so eine Nischeleuchte, die wir da haben.